Zahnkronen sind eine haufige Form der zahnarztlichen Behandlung, die viele Vorteile bieten kann. In diesem Video werden wir uns genauer mit den Vorteilen von Zahnkronen beschertigen und warum sie eine gute Option F1,25 R Patienten mit beschadigten oder fehlenden ZA nennen sein kann. Zahnkronen sind maigefertigte Kappe, die A1,25 BER einen beschadigten Zahn gesetzt werden, um dessen Form, GAA-Eie, Stärke und Aussehen zu verbessern. Sie werden in der Regel aus verschiedenen Materialien hergestellt, wie Z. B. Keramik, Metalllegierungen oder Harz. Zahnkronen kann in aus verschiedenen GAA-Einviertelden angebracht werden, wie Z. B. Zur Stabilisierung eines geschwatschten Zahns, zum Schutz eines beschadigten Zahns, zur Reparatur eines abgebrochenen Zahns oder zur Verbesserung des Aussehens eines Werfer-Abteen- oder unregelmeigen Zahns. Ein Groaier-Vorteil von Zahnkronen ist, dass sie den betroffenen Zahn stabilisieren und starken Kanin. Wenn ein Zahn stark beschadigt ist oder eine Groaie F1,25 Lung hat, kann er anfalliger F1,25 R weitere Schadden sein. Durch das Anbringen einer Zahnkrone A1,25 BER dem betroffenen Zahn wird die Struktur Gäster-RKT und Gäscher-1,25 TZT, was das Risiko von weiteren Schadden reduziert. Dies kann dazu beitragen, die Lebensdauer des Zahnes zu Bärlernähern und maglicherweise eine Wurzelbehandlung oder Extraktion zu vermeiden. Ein weiterer Vorteil von Zahnkronen ist, dass sie das Aussehen des Zahnes verbessern Kanin. Wenn ein Zahnstarkwerfer-RBT unregelme Eich geformt oder abgebrochen ist, kann dies das Selbstbewusstsein und das allgemeine Erscheinungsbild einer Person beeintrastigen. Durch das Anbringen einer Zahnkrone kann der Zahn wiederhergestellt und ästhetisch ansprechender gestaltet werden. Zahnkronen kann in natteinviertlerlich aussehend gestaltet werden, sodass sie sich nahtlos in das natteinviertlerische Gebiss einfach ein Viertel gehen. Daraeinviertel BER hinaus bieten Zahnkronen auch funktionale Vorteile. Wenn ein Zahn stark beschadigt ist, kann dies zu Schmerzen oder Beschwerden beim KNFA ein Viertel rennen. Eine Zahnkrone kann den beschadigten Zahn wieder funktionsfähig machen und das Kauen und Bayeien erleichtern. Dies kann dazu beitragen, die Lebensqualität des Patienten zu verbessern und ihm zu ärmerglichen, wieder normal zu essen und zu sprechen. Ein weiterer Vorteil von Zahnkronen ist, dass sie langlebig sind. Zahnkronen kann ihn viele Jahre halten, wenn sie Ordnungsgemaei gepflegt werden. Es ist wichtig, regelmaeig zum Zahnarzt zu gehen und eine gute Mundhygiene zu praktizieren, um sicherzustellen, dass die Zahnkrone gut erhalten bleibt. Mit der richtigen Pflege kann eine Zahnkrone die Lebensqualität des Patienten FA ein Viertel eher eine lange Zeit verbessern. Zusammenfassend bieten Zahnkronen eine Vielzahl von Vorteilen, darunter die Stabilisierung und Stärkung beschadigter Zahnähen, die Verbesserung des Aussehens und die Wiederherstellung der Funktion. Sie sind eine bewahrte und effektive Behandlungsmethode FA ein Viertel eher Patienten mit beschadigten oder fehlenden Zahnähenen und Kannen dazu beitragen, die Lebensqualität und das Selbstbewusstsein des Patienten zu verbessern. Wenn Sie Probleme mit einem Ihrer Zahnähen haben, sollten Sie mit Ihrem Zahnarzt A ein Viertel BER die Magglichkeit einer Zahnkrone sprechen und herausfinden, ob dies die richtige Behandlungsoption FA ein Viertel eher Sie ist.